Hallo, halli, hallo! Ich bin's, eure Mami! Ihr habt euch ja alle noch ein Turner versus Nicht-Turner-Challenge gewünscht und wen kann ich dafür besser fragen, als mein untalentiertes Nicht-Turner-Bruder Max? Hallo und ich bin sehr talentiert, das werdet ihr gleich sehen. Ja, ich hoffe, es gibt keine Unfälle und wir machen heute so eine kleine Special Edition, nämlich machen wir das mit einem Glücksrad. Hier stehen nämlich immer so auf den Feldern immer so Aufgaben drauf, die wir machen müssen, zum Beispiel Rad, Brücke, Rollen vorwärts, genau Freestyle und dann wird gleich immer einer drehen und worauf das dann steht, müssen wir halt machen. Und der Max kann sich aussuchen, ob er das auf dem Tripoli machen möchte oder hier auf der Airtrack. Also, ja, dann bin ich mal gespannt. Ich auch. Es geht los! Ich fang an! Ich fang an! Ich fang an! Ich fang an! Was muss ich jetzt machen? Okay! Erste Minute! Ich fang an! Ich fang an! Ich fang an! Ich fang an! Okay, 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 was ist das? Bitte nicht, bitte nicht! Oh Scheiße. Ein Rad! Ist das sehr schlecht? Ja, mhm. Kannst du das bitte nicht einmal vormachen, sonst kann ich gar nicht. Hä? Man muss doch einfach nur... Was? Wenn ich denn meinen Pans... Pass auf, ne? Ich kann es überhaupt nicht machen. Ja, das ist nicht mein Problem. Hahaha! Hahaha! Wunder, zwei! Wird ja mal volle Kanne! Wie schlucken wir schon an den Kopf an? Ja... Es ist wieder hart! 5 Minuten später... Nein! Rolle von mir! Muss ich jetzt anfangen? Yeah! Ich hab keine Ahnung, wie ich das machen soll, weil ich mich schon mal vorzubauen kann. Das ist die vorzubauen. Nur ein bisschen... Putsch mal ganz gut auf die Knie, oder nicht? Ich mach einfach mal! Hä? Boah! Die Bühne gehört ihm und er! Wir sagen, das war super! Nein! Wuhuuu! Das musst du jetzt topfen! Okay! Da 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 da! Da da da! Da da da! Da da da! Also ich glaube, jetzt sind meins natürlich alle besser! Da da da! Da da! Da da! Da da! Da da! Da da! Das ist grau! Ich hab keine Ahnung, was das ist! Also... Jetzt machen wir mal eben vor, wie das hier ist! Lastige Tipp! Oh! Oh! Da bin ich jetzt immer mal gespannt! Ja! Wollen wir jetzt einfach Kretsch machen? Ja! Okay! Okay! Es war gar nicht mal so schnell! Nein! Okay! Ladies and Gentlemen! Wir sind wieder drinnen! Gentlemen! Die machen wir einfach drehen! Raten! Keine Ahnung, was das ist! Weshalb darfst du anfangen? Ist das so? Das ist doch genau wie ein Rad! Nein! Das ist mit Anpuffer vorher! So! So! Und dann noch eins! Beine zu! Weil ich das Rad ja schon hinbekommen habe! So! Warte! Noch einmal! Was? Angefahr! So! So! Und dann ist... So! Am Ende! Bisschen Angst! Ich! Ich versuch's! Das war geliefert mit dem Sofa! Ja! Ich kann lachen jetzt! Hau! Wie rum muss ich das denn machen? Sorry, Kappa! Ich trau mich nicht! Doch! Ah! 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 Applaus dafür! Das war ja ein... Warum? Was weiß ich! Also ich fand's super! Also ich fand's super! Sei zurück! Das musst du ja bitte auf den Trampi machen! Ja! Aber ich dachte, du bereichst mir alles! Okay! Let's! Go! Nein! Stell dich bloß nicht bereit! Weiter! Okay! Kann das wirklich nicht! Ich bin so schlecht für den Anfang! Oh! 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 Und was land ich noch ins Krankenhaus? Ich hoffe es kommt... Okay, es gibt gar nichts Einzelmes also... Kopfstein! Das machen wir immer hier, oder? Kann man das an der Wand machen? Nein! Ich fang an! Okay, du fang es an! Ich kann das nicht, Leute, ich sag's euch direkt. Tja, da hat so jemand geloost. Checker! Los geht's! Ich glaub, da kommt mein... Sicher, dass ich nicht an die Wand darf? Sicher. Also viel höher fand ich das nicht. Komm, ich geb dir die Hüfte, Lohan. Meine Beine! Ja, super! Leute, wie schlägt sich mein Bruder bisher? Also, ich fühl's eigentlich jetzt gut. Freestyle! Kannst du was sein? Das machen, was du willst. Das machen, was ich will. Komm, wo die neue Bruder ist. Okay, dann gehen wir was dran. Tja. Gorking, gorking, gorking. Du bist dran. Du bist dran. Guckst du doch? Ich bin auch mal gespannt. Ach, oh! Bagage! Papa, du Arme, ich lass dich gerne weg. Einfach so weit runter wie möglich? Ja. Ich habe wieder verbraucht. Wie geht das? Okay, lass mal schauen. Super, ich mach die Spagat auf. So, mein Spagat. Anstand. Anstand. Darf ich Handschuh auch nicht an der Wand machen? Nein. Ganz ohne Kopf jetzt lösen? Ja. Willst du mir wieder helfen? Nein. Ja. Deine Beine sind viel zu lang, das kann ich dir dabei helfen. Oh. Oh. Oh, ich kann so was nicht. Fast. Ich bin das toll nicht geboren. Max, ich zeig dir jetzt mein bisschen. Okay, letzte Rolle. Ja. 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 Also die letzte Runde hat er gemeistert hier. Und es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe es hat euch auch Spaß gemacht. Du hast es überlebt. Ich habe es überlebt. Ich kann es alles leider nicht so gut. Thorn ist nicht so mein Fall. Aber ich habe ein Bestes gegeben. Ja. Und ich glaube einige Sachen waren auch deutlich besser als Marc. Was denn? Ja. Was denn? Das kann ja jeder für sich entscheiden. Das stimmt. Schreibt mal Niko wie es mir besser war bei den Sachen. Also schau mal runter. 1, 2, 2, 3 und so weiter. Wenn ihr dafür Zeit habt. Und ja auf jeden Fall würden wir uns über ein Ding dann noch oben freuen. Und wenn ihr es nicht getan habt könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren. Dann würde ich sagen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.